Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infovideo von mir. Ich dachte ich künde das trotzdem noch kurz an und sage allen Bescheid wegen The Division. Also es ist definitiv, ich werde mir das Spiel dann holen. Es dauert ja auch nicht mehr allzu lange, noch ein paar Tage dann ist Release von The Division. Ich werde da natürlich dann auch Videos dazu erstellen, wenn sich Videos erstellen lassen. Tipps und Tricks verraten, wenn ich irgendetwas Gutes herausfinde. Ganz wichtig ist zu sagen, dass ich Destiny natürlich nicht vernachlässigen werde. Also es wird jetzt nicht der Fall sein, dass dieser Kanal ein The Division Kanal wird, sondern ich habe ja immer schon ein bisschen andere Spiele noch mitgespielt neben Destiny. Ich brauche das einfach, dass ich nebendran noch ein bisschen was spielen kann, weil nur Destiny ist dann doch ein bisschen zu wenig für mich. Aus diesem Grund mache ich auch noch Let's Plays. Sonst in der Infokarte habe ich da noch einen Link dazu. Ja, also im Großen und Ganzen bedeutet es einfach, ich mache Destiny Videos und nebenbei spiele ich noch The Division und werde da auch noch Videos dazu erstellen. Für alle, die sich das Spiel noch nicht gekauft haben, in der Beschreibung ist noch ein Link zu Amazon. Wenn ihr es da drüber kaufen würdet, würde ich sogar noch ein bisschen davon profitieren. Der Preis bleibt genau der gleiche. Ich kriege einfach noch eine Vermittlungsprovision sozusagen. Und ja, so kann man mich indirekt noch unterstützen, wenn man das möchte. Dann Punkt 3. Neben definitiv kommt The Division plus kaufen kommt noch Punkt 3. Für alle, die jetzt keinen Trupp haben oder die immer mal Infos möchten, es gibt eine Facebook-Seite The Division Germany. Da kann man einfach mal beitreten. Und ja, da gibt es dann sicher interessante Videos, interessante Artikel, falls was Neues da ist. Ich habe da mit einem von den Admins noch Kontakt aufgenommen. Wir haben das mal angeguckt, was da alles draufkommt. Scheint eine gute Sache zu sein. Guckt da mal vorbei. In der Beschreibung ist es verlinkt. Wenn ihr Bock habt, nicht alleine unterwegs zu sein, könnt ihr da vielleicht den ein oder anderen Mitstreiter finden und dann gemeinsam The Division spielen und durchzocken. Das war es eigentlich schon. Kurze Ankündigung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns dann in einem weiteren Video.